Hallo. Hallo. Noch mal. Ich bleib Tor. Du boostest. Ja, okay. Guck mal, direkt 50 Punkte. Schön, abgewehrt. Dave, der liegt gut. Nein, er rettet mich noch. Der liegt scheiße jetzt. Da kommt einer. Ich probiere ihn noch ein bisschen. Aber diese Ballkamera nervt richtig, wenn ich hier anrasse. Sorry. Jetzt krieg ich ihn eben wieder her. Geht mir aber genauso. Was tue ich denn? Was tue ich? Ja, da war der Boost zu schnell. Das war nicht das Problem. Ich hätte locker reinmachen können, aber ich habe diese Ballkamera angehabt. Dann lass doch die Ballkamera aus. Ja, aber ich wusste, wo der war gerade. Noi. Vor ihrer Karambolage hier. Hast du den? Ich hab den, glaube ich. LOL. Oh nein. Der Booster zu schnell leer. Ja, nimm den mit hier. Nimm den Booster. Jetzt tu den und gehen. Toll! Was hast du denn gemacht? Hm? Du hast dich gedreht, glaube ich, oder? Jetzt! Oh! Hätte ich mehr Boost gehabt. Jetzt hast du mich voll angeboostet, Mann. Ja, ich brauch hier den Boost. Jetzt, jetzt fahre ich da mal vorbei. Was war das denn, Dave? Kriegst du denn irgendwie was denn getümmelt in die Mitte? Nee. Irgendwie nicht. Gerade jetzt, jetzt. Oh, Scheide! Schei, 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 Schade. Ah! Und verspring ich voll. Ich hab grad vollen Boost. Toll. Treff der Begabe. Warte, ich hab den. Was? Leg ihn mir vor. Alter, ich hab, boah. Ich wollt den schräg machen. Hm. Dass der halt, nicht gerade ins Tor zurück fliegt, sondern, aber, nö. Ball Physik ist ja manchmal so seltsam, dass der dann trotzdem gerade fliegt. Ja, ich bin natürlich ewig in der Luft wieder, ne? Ne, jetzt bin ich am Boden. Ja, ich hatte wieder Lecks. Ich bin da wieder ganz komisch gefahren mit den Leck. Ja, ich... Was? Ich war... Boah, spring doch noch vorher. Du schießt, dann hörst du mir zurück. Jetzt, hörsch, warte. Ne, war nicht gut. Ja, immerhin, du befreit. Oh, jetzt springe ich wieder drüber. Warum passiert mir das eigentlich manchmal so auf? Jetzt. Ja, mach den doch mit, ich. Ja. Ich kann ja boosten. Nein, Neck. Neck. Dieses lange ewige in der Luft ist leider, ne? Kotz so an. Hallo. Was denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Die ganze Zeit leckst du rum. Ja, natürlich war da so ein lahmarschiger Kackball. Natürlich habe ich keinen Bewusstsein, bin jetzt alleine mit dem Bein hier. Natürlich rutsche ich jetzt wieder an der Wand langwissig. Natürlich leckt es einfach rum und ich krieg den Ball nicht. Ich hab den getroffen. Und der kriegt pflichtig meine annähernden Richtung, wo ich den hingetun hab. Kann ich auch so nicht mehr präzise springen grad? Oh, wieso kommt der denn da? Der wird rückgeweht. Ach, keine Ahnung. Der war überhaupt nicht bei dir und mir dran, der Typ. Boah. Was? Der war nicht immer dran. Warum f... Ja, natürlich fliegt der in unsere Richtung. Der fliegt immer nur bei uns hin. Ey! Ich hab den schräg angedatcht. Wieso fliegt der trotzdem noch weiter geradeaus? Und Dave steht wieder irgendwo. Ja, ich hab wohl gemacht, dass du ihn in die Mitte kriegst. Du muss ja springen. Alter, ich hab den getroffen! Was ist das? Was soll denn der Bullshit? Boah. Musst du zwar sein. Ja. Was soll denn bitte der Bullshit? Ich hatte den grad echt getroffen. Ich hab mir so richtig in Schlängelinien gefahren, weil ich gerade... Ja, ich hatte keinen Boost. Das nehm ich vor. Ja. Oh, er hat auf die Richtung geflogen. Mhm. Ich hab den. Ohhhh! Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel ne gerade. Wieso hat der an der Stelle Boost? Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Die haben immer Boost. Durchgehen. Und wir haben die ganze Zeit gar nichts. Ja, ja. Die beiden Dinger haben mitgetrunken. Ich will hier was springen. Ich will mein hässliches Tor sehen. Ja. Ja, sicher. Oh, Dave. Alter, das ist doch nicht wahr. Ja. Er hüpft bei mir immer nur auf dem Dach rum, dieser scheiß Waag. Scheiß Ball.